Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich werde mich zu vier Punkten äußern. Erstens zu den braunen Terrornetzwerken in Deutschland, zweitens zur Mindestlohndebatte in der CDU, drittens zum Thema Euro-Krise und den Occupy-Aktionen in Frankfurt am Ende dieser Woche, am 18. November und viertens zu den Landesparteitagen unserer Partei in Schleswig-Holstein und im Saarland. Zum ersten Punkt zu den braunen Terrornetzwerken in Deutschland. Nach alledem, was wir jetzt erfahren haben, stündlich gibt es ja neue Informationen, deutet sich hier der größte Verfassungsschutz- und Justizskandal der Nachkriegsgeschichte in Deutschland an. Die Bundesregierung gibt sich nun überrascht von der Brutalität des neofaschistischen Netzwerkes, aber wenn wir zurückschauen, können wir konstatieren, dass rechtsextreme Gefahr über Jahre in Deutschland systematisch verharmlost wurde. Als Linke sind wir sowohl im Bundestag als auch in vielen Landtagen immer wieder dabei aufzuklären, anzusprechen, Fragen zu stellen. Und in unseren systematischen Nachfragen merken wir, dass die Zahl von rechtsextremen Gewalttaten und Morden systematisch kleingerechnet wurde. Unabhängige Organisationen haben wesentlich höhere. Um nur ein Beispiel für die vergangenen Jahre als vergangene Jahr zu nehmen, dort wurde uns die Zahl 47 angegeben an Tötungsdelikten insgesamt und es sind aber nach Berechnung von Unabhängen 140. Jetzt werden wieder viele Stimmen laut, die ein Verbot der NPD fordern. Auch Die Linke fordert seit vielen Jahren das NPD-Verbot. Ich möchte an die Geschichte des NPD-Verbots erinnern. Das NPD-Verbot wurde dadurch zum Scheitern gebracht, dass in den Strukturen der NPD-V-Leute eingeschleust waren und dort auch an entscheidenden Stellen gewirkt haben. Wenn wir jetzt zurückblicken, können wir ein Resultat des gescheiterten NPD-Verbots sehen. Rechtsextreme Strukturen, auch die NPD selbst, wurde nach diesem gescheiterten Verbotsprozessverfahren, was ja gar nicht richtig begonnen wurde, deutlich gestärkt. Seit dem Jahr 2004 kann die NPD größere Wahlerfolge verzeichnen. Und es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass in großen Teilen der Bevölkerung die Tatsache, dass die NPD eben nicht verboten wurde, dass Aufmärsche der NPD immer wieder geschützt werden, dass Parteitage, wie jetzt am vergangenen Wochenende in Neuruppin von Gerichten und Polizei durchgesetzt werden, in Augen der Bevölkerung oder vieler in der Bevölkerung zu der Auffassung führen kann, die NPD ist eine Partei, die vielleicht doch rechtmäßig ist, vielleicht doch auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Und ich fordere von allen Innenministern sofort die V-Leute aus den Strukturen der NPD abzuziehen. Wenn wir das, was wir jetzt wissen über diese Untergrundorganisation betrachten, drängt sich der Eindruck auf, dass vieles, was neofaschistische Kräfte in diesem Land treiben, an Verbrechen, an Morden nur dadurch möglich ist, dass sie vom Verfassungsschutz zumindest gedeckt wurden. Und die Frage stellt sich, ob nicht allein durch das Agieren des Verfassungsschutzes viele dieser Strukturen überhaupt am Leben erhalten werden. Und das ist etwas, was ich absolut für inakzeptabel halte. Der Verfassungsschutz, das sei auch am Rande bemerkt, verschleudert in dieser Neonazi-Szene auch unsere Steuergelder. Und schon vor Jahren haben Kollegen aus meiner Partei darauf hingewiesen, dass mit Steuergeldern auch die Neonazi-Szene mit finanziert wird. Auf dem Parteitag in Neuruppin der NPD ist ja der Vorsitzende neu gewählt worden, Holger Apfel. Er setzt auf eine enge Zusammenarbeit mit der Kameradschaftsszene, also auf das Spektrum, von dem jetzt der Terror ausgeht. Wir haben Ihnen ein Papier gegeben, ein Hinweis auf die Chronologie der Ereignisse. Das sind Hintergrundinformationen zum sogenannten Thüringer Heimatschutz. Unsere Kollegen der Landtagsfraktion der Linken in Thüringen haben dieses Material erarbeitet. Und sie können daraus auch sehen, dass sich die Landtagsabgeordneten seit Jahren damit beschäftigen. Ein Ergebnis war übrigens, dass verschiedene Mitglieder der Fraktion Die Linke, der Thüringer Landtagsfraktion auch von Neonazis bedroht wurden und zwar in relevanter Weise bedroht wurden, sodass sie zeitweise auch unter Polizeischutz stehen mussten. Man kann einschätzen, dass die V-Leute in der Neonazi-Szene die beste Lebensversicherung sowohl für die NPD als auch für die Neonazi-Szene sind. Und der Verfassungsschutz wird zur Gefahr für die Verfassung, wenn, so wie es jetzt aussieht, die Aktivitäten des Verfassungsschutzes in die völlig falsche Richtung gehen. Die Linke fordert, alle V-Leute aus der NPD und den freien Netzwerken abzuziehen. Wir fordern das Verbot der NPD. Und ich will auch ganz deutlich sagen, dass die Aufklärung keine Sache der Geheimdienste sein kann. Nicht nur das Parlamentarische Kontrollgremium, was ja in dieser Woche tagen wird, sondern die Öffentlichkeit muss der Ort der Aufklärung sein. Wir haben ja jetzt in der vergangenen Woche in der sogenannten Bereinigungssitzung den Bundeshaushalt für das kommende Jahr im Haushaltsausschuss vorbereitet und beschlossen. Und es wird ja im Plenum in der nächsten Woche keine relevanten Änderungen mehr geben. An einer Stelle vielleicht doch. Ich will Sie darauf hinweisen, dass wiederum Gelder zur Unterstützung von Projekten, von Programmen gegen Rechtsextremismus gekürzt worden sind. Von der ohnehin schon geringen Summe von 29 Millionen auf 27 Millionen, also um zwei Millionen wiederum und die Zugänge zu diesen Programmen sind sehr, sehr hoch. Sie haben ja wahrscheinlich alle verfolgt, dass es in dem letzten Jahr eine Verpflichtungserklärung für Vereine geben sollte, die die Fördergelder und die Beantragung auch erschweren. Wir fordern eine unabhängige Beratungsstelle Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. Es kann nicht sein, dass wir uns in der Beobachtung von Strukturen von NPD und Nazi-Strukturen auf die Einschätzung des Verfassungsschutzes verlassen sollen. Wir glauben auch, dass die Themen Rechtsextremismus, Demokratiefeindlichkeit in der Ausbildung von Pädagoginnen und Pädagogen verankert werden müssen, um auch in der Schule, in der Jugendarbeit besser in diesem Bereich arbeiten zu können. Und wir fordern eine konsequente Verfolgung Rechtsextremer und Wiederholungstäter. Und ich will noch einmal darauf hinweisen, wie absurd doch die Situation ist, dass Antifaschisten wie unser Fraktionsvorsitzender in Sachsen, André Hahn, der Fraktionsvorsitzende Bodo Ramelow, auch unsere Kollegen aus dem hessischen Landtag, Janine Wissler und Willi von Euen, mit der Aufhebung der Immunität entweder bedroht wurden oder schon die Immunität aufgehoben wurde. Also Leute, die sich Nazis entgegenstellen, werden verfolgt und die Nazis konnten in unserem Land agieren. Das ist eine Schande für die Bundesrepublik Deutschland und ich bin der Auffassung, das muss sich sehr schnell ändern. Ich selber werde am Mittwoch dieser Woche Köln besuchen. Ich werde auch zusammen mit Stadträten der Linken die Kolbstraße besuchen. Dort wurde im Juni 2004 ein Bombenanschlag verübt, bei dem 22 Menschen schwer verletzt wurden. Eine junge Frau ihr ungeborenes Kind verlor. Und das ist natürlich ein Besuch der Solidarität, den ich gemeinsam mit Freunden aus meiner Partei dort unternehmen werde. Und ich will auch daran erinnern, wie diese Anschläge ja bewertet wurden. Es war immer von Einzeltätern die Rede. Es war immer davon die Rede, dass es vielleicht um ja interne Streitigkeiten in bestimmten Gruppen unserer Gesellschaft gehen könnte. Und es wurde ganz schnell immer ein politischer, ein rechtsextremer Hintergrund ausgeschlossen. Damit muss jetzt Schluss sein. Zweitens zum Thema Mindestlohn-Debatte in der CDU. Die CDU hat ja in dieser Woche ihren Parteitag und im Vorfeld des Parteitages haben wir auch in der vergangenen Woche im Bundestag die Frage des Mindestlohnes diskutiert. Sie wissen, dass die Linke seit 2005 den Mindestlohn, die Forderung nach einem flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn erhebt und das auch immer wieder in den Bundestag einbringt. Und nun hat die CDU sich ein großes Täuschungsmanöver geleistet. Es wurde über Mindestlöhne gesprochen. Es wurde gesprochen über Leistung, die sich lohnen soll, über ein Spruch von Frau Merkel, sozial wäre was Arbeit schaffe. Alles das kann man getrost auf den Müllhaufen dessen, was sozusagen an leeren Versprechungen gegeben wurde, werfen. Niedriglöhne. Wir haben im Augenblick in Deutschland einen Niedriglohnsektor mit sieben Millionen Menschen. Sie sind nicht sozial. Und was jetzt die CDU sich vor dem Parteitag überlegt hat, ist etwas, was mit dem Thema Mindestlohn überhaupt nichts zu tun hat. Tarifliche Dumpinglöhne werden nicht verhindert. Die Löhne sind so gestaltet, die die CDU zulassen will, die entweder die Menschen jetzt schon dazu zwingen, zum Amt zu gehen und aufzustocken. Oder dann, wenn sie einmal im Rentenalter sein werden, sie zum Amt zwingen, um Sozialhilfe zu beantragen. Wir als Linke sind der Auffassung, wir brauchen endlich einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn. Wir sind die Mindestlohnpartei in Deutschland und wir werden so lange für den Mindestlohn kämpfen, bis er auch beschlossen ist. Parteitagsreden sind das eine Beschlüsse des Bundestages und die Umsetzung dieser Beschlüsse sind das andere und uns geht es um Beschlüsse und die Umsetzung. Zum dritten Punkt. Wir werden als Linke am kommenden Freitag, dem 18.11. eine Konferenz in Frankfurt durchführen über die Frage Vorschläge der Linken aus der Euro-Krise. Wir haben gesehen, die Protestbewegung braucht einen langen Atem. Wir als Linke unterstützen die Bewegung der Empörten und am Freitag werden wir um 18 Uhr auf dem Opernplatz in Frankfurt zu einer hoffentlich großen Kundgebung einladen, um unsere Wege aus der Finanzkrise zu beschreiben und die Menschen mitzureißen und aufzufordern, gegen die Macht, die Allmacht der Banken zu kämpfen. Vierter und letzter Punkt. Die Landesparteitage, die wir am Wochenende hatten. Wir hatten in Schleswig-Holstein und im Saarland Landesparteitag mit wichtigen Ergebnissen. In Schleswig-Holstein hat die Landespartei mit 90 Prozent der Delegiertenstimmen ihr Landtagswahlprogramm für die Landtagswahl am 6. Mai des Jahres 2012 beschlossen. Im Mittelpunkt dieses Programms stehen soziale Themen. Es geht um Armutsbekämpfung und es geht darum, dass die sozialen Leistungen, die es in Schleswig-Holstein gibt, erhalten werden bzw. wieder eingeführt werden, wie das Blindengeld, wie die Finanzierung von Frauenhäusern, wie die Finanzierung von Arbeiten im sozialen Bereich. Besonders hat die Linke in Schleswig-Holstein darauf hingewiesen, dass im Niedriglohnsektor besonders viele Frauen und Mädchen arbeiten. Auch hier werden wir eine Initiative unternehmen, um den öffentlich geförderten Beschäftigungssektor einzuführen. Wir wollen in Schleswig-Holstein ein Sozialticket von 15 Euro für Schüler, Senioren und Hartz IV-Betroffenen und Niedrigverdiener erreichen. Und wichtig ist auch das Bildungsthema Schule für alle, Kita-Beitragsfrei-Finanzierung der Kommunen. Im Saarland hat die Saarlinke den Landesvorstand neu gewählt. Wiedergewählt als Vorsitzender wurde Rolf Linzler, der also seine zweite Wahl bestanden hat und sein Ergebnis im Vergleich zur ersten Wahl deutlich verbessert hat. 80,1 Prozent der Delegierten stimmten für ihn. Das sind 50, 15, nicht 50, 15 Prozent mehr als bei der Wahl vor zwei Jahren. Wir haben gerade im geschäftsführenden Parteivorstand uns mit den aktuellen Themen befasst, insbesondere mit dem Thema Rechtsextremismus. Wir haben uns darauf verständigt, dass sowohl die Bundestagsfraktion, die Landtagsfraktion als auch die Vorstände der Partei sehr eng zu diesem Thema zusammenarbeiten werden und müssen. Letzter Satz dazu. Sie haben es ja sicher auch selber verfolgt. An die Geschäftsstelle in Sachsen-Anhalt, einer linken Geschäftsstelle in Sachsen-Anhalt, wurde ein Bekennervideo bzw. DVD dieser Terrorzelle geschickt. Und ich gehe davon aus, dass man dieses Bekennervideo bzw. diese DVD an die Linke nicht geschickt hat, damit die Linke die Medien informiert. Dann hätte man direkt die Medien informieren können. Sondern das war eine klare Kampfansage, eine Bedrohung auch der Linken. Und es ist eine ständige Aufgabe der Linken, sich selber natürlich gegen rechtsextreme Bedrohung zu wehren, aber in der Gesellschaft gegen rechtsextreme aufzutreten. Soweit. Vielen Dank. Herzlichen Dank.